Herzlich willkommen zur Sommerausgabe der REMAX News. Wir haben wieder die neuesten Informationen über den österreichischen Immobilienmarkt für Sie und das ist unser erstes Thema. Von 2017 bis 2020 pendelte die Zahl der in einem Jahr verkauften Wohnungen rund um 50.000 Stück. Im vergangenen Jahr kam der große Sprung. Was Sie hierbei getan hat und was das auch für den Quadratmeterpreis bedeutet, das erfahren Sie jetzt. In den letzten Jahren war die Menge an verkauften Wohnungen in Österreich immer stabil. Im Jahr 2021 kletterten die Verkaufszahlen jedoch auf ein neues Höchstniveau. 56.119 Verbücherungen bedeuten ein Plus von 11,4 Prozent zum Jahr 2020. Das Wachstum ist somit doppelt so hoch wie der Durchschnitt in den letzten zehn Jahren. In diesem Zeitraum lag das Plus im Schnitt bei 4,4 Prozent. Der Gesamtverkaufswert der gehandelten Wohnungen im letzten Jahr stieg den Berechnungen der REMAX Experten zufolge ebenso überproportional an. Knapp 15 Milliarden Euro bedeuten ein Plus von 22,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2020. Der typische Preis für eine Wohnung in Österreich stieg um 9,3 Prozent auf rund 240.000 Euro. Der Quadratmeterpreis liegt mittlerweile bei durchschnittlich 3.761 Euro. Eigentumswohnungen sind nach wie vor für die Eigennutzung, aber auch als Anlageform und zur Pensionsvorsorge begehrt. Der Traum von den eigenen vier Wänden mit Garten und allem, was sonst noch so dazugehört, ist für viele aber auch das Einfamilienhaus. Wie sich hier der Markt und die Preise entwickelt haben, mehr dazu sehen Sie jetzt. Im vergangenen Jahr wurden 10.722 Einfamilienhäuser in Österreich verkauft. Das ist ein Haus weniger als im Jahr 2020, was sowas wie Stillstand bedeutet. Dass es nicht an der fehlenden Nachfrage, sondern am fehlenden Angebot gelegen ist, lässt sich leicht an der Preisentwicklung erkennen. Der Gesamttransaktionswert der gehandelten Einfamilienhäuser hat sich entsprechend nach oben entwickelt. Von 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2020 um 18,2 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro im Jahr 2021. Der Wunsch nach einem eigenen Haus mit Garten war zuletzt, vermutlich noch pandemiebedingt, besonders stark ausgeprägt. Die tendenziell bessere Qualität der auf den Markt kommenden Einfamilienhäuser und die steigenden Grundstückspreise sind sicherlich auch mitverantwortlich für die spürbaren Preissteigerungen der letzten Jahre. Für ein Einfamilienhaus in Österreich bezahlten Käufer im Jahr 2021 den Remax-Experten zufolge typischerweise rund 314.000 Euro. Das ist eine Preissteigerung von 13,4 Prozent. Mit Abstand am teuersten sind Einfamilienhäuser in Wien, Döbling und Hitzing, gefolgt vom Bezirk Kitzbühel, vor Innsbruck und der Stadt Salzburg. Derartige Entwicklungen am Markt verlangen bei Immobiliensuchenden, aber auch bei Immobilienverkäufern gute Beratung und eine kompetente Abwicklung. Remax hat sich als Marktführer zum Ziel gesetzt, die Immobiliendienstleistung in der Branche weiter auf ein neues Level zu heben und somit für mehr Kundenzufriedenheit zu sorgen. Dazu bietet man österreichweit auch Karrierechancen für Interessierte als Immobilienmakler oder selbstständige Franchise-Nehmer. Mehr darüber jetzt. Seit vielen Jahren ist Remax in Österreich die klare Nummer 1 und mit Abstand das erfolgreichste Immobilien-Franchise-Netzwerk. Das Remax-Netzwerk konnte im vergangenen Jahr 11.000 Transaktionsseiten mit einem Transaktionswert von in Summe 2,26 Milliarden Euro erfolgreich begleiten und ist laut Immobilienmagazin Mai 2022 wieder das erfolgreichste Maklerunternehmen in Österreich. Ein Erfolgsfaktor von Remax? Bei über 2.500 sogenannten Kooperationsgeschäften arbeiteten Makler für den gemeinsamen Erfolg des Kunden zusammen. Aber auch massive Investitionen in die Digitalisierung haben sich höchst positiv ausgewirkt. 360-Grad-Rundgänge oder Videobesichtigungen von Objekten gelten bereits als etablierte Tools. Darüber hinaus bietet Remax eine unkomplizierte Online-Terminbuchung, den digitalen Besichtigungsschein oder das digitale Übergabeprotokoll sowie die Bekanntgabe neuer Immobilien 24 Stunden früher für Mai-REMAX-User. Und natürlich DAVE, das digitale Angebotsverfahren, die faireste Form der Preisfindung bei Immobilien. Diese digitalen Services bieten einen unmittelbaren echten Mehrwert für die Kunden und werden sehr gut angenommen. Sie ermöglichen es aber den Immobilienmaklerinnen und Maklern bei der Nummer 1 auch, ein digitales Erlebnis für ihre Kunden zu bieten und somit erfolgreicher für alle Beteiligten zu arbeiten. Interessierte an einem eigenen Immobilienbüro oder beim Wunsch als Immobilienmakler erfolgreich zu arbeiten, stehen die Türen österreichweit offen, um beim Marktführer einzusteigen. Mehr dazu unter remax.at.karriere. Das waren Sie, die neuesten Informationen der Nummer 1 am heimischen Immobilienmarkt. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich jetzt schon, Sie nach dem Sommer bei der nächsten Ausgabe im September wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, schönen Sommer und auf Wiedersehen.